Zum Schneiden von Folien, Styropor und anderen Hartschäumen braucht niemand mehr mit Teppichmesser oder irgendwelchen Sägen herumzufuhrwerken. Wir haben da etwas Besseres. Architekten, Designer, Dekorateure, Künstler und Prototypenbauer können aufatmen. Und auch den Schiffs-, Flug- und Eisenbahnmodellbauern kommt dieses Gerät bestimmt gerade recht. Es geht um unser Heißdrahtschneidegerät Thermocut 230e. Das Funktionsprinzip ist sehr effektiv. Ein hochwertiger, nur 0,2 mm dicker Schneidedraht wird mit der vollkommen ungefährlichen Spannung von 10 Volt erhitzt und läuft so spielend leicht durch unser Werkstück. Die 390 x 280 mm große Arbeitsfläche besteht aus einem sogenannten Alu-Cobond-Verbundmaterial mit einer hochwertigen Oberfläche. Vorteil? Das Werkstück gleitet absolut gerade darauf, wie von selbst. Praktisch sind die dort aufgedruckten Raster und die Winkeleinteilung. Apropos Winkel. Der Sattel auf der Oberseite des massiven Alubügels, der den Schneidraht spannt, ist verschiebbar. Daher sind Gehrungsschnitte möglich. Und mit dem praktischen Zwei-Funktionen-Anschlag bleiben keine Wünsche offen. Regelbar ist die Drahttemperatur im Bereich von 100 bis 200 Grad Celsius. Man findet sicher schnell die zu jedem Material und jeder Dicke optimal passende Temperatur. Und schon kann das Werkstück mit mäßigem Druck getrennt werden. Und keine Angst, durch den eingebauten Trenntrafo und die Schutzesolation nach Klasse 2 ist das Thermocut 230e absolut sicher. Und schließlich arbeitet der Heißdraht mit der vollkommen ungefährlichen Spannung von 10 Volt. Zusätzlich gibt es noch eine LED-Betriebsanzeige, die anzeigt, dass der Draht heiß und damit betriebsbereit ist. Verbrannte Finger werden so zuverlässig vermieden. Proxxon. Geräte mit Charakter.